Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren, endlich mal wieder Runde Dead by Daylight, mit dem Sachsen-Netzplayer, fuck, ich will immer Glatzen-Netzplayer sagen, ich verpasst aber immer, Hitcher, Leon und Frizzy. Hallo, hallo. Ja, um meine Wenigkeit, und wir müssen noch fertig drücken, der Randy ist das Monster, der Killer. Konntest auch anders sein. Hm, ich bin gespannt, wen der genommen hat. Ich habe echt lange Dead by Daylight nicht mehr gespielt, ich weiß nicht, gibt es irgendwas Neues? Nein. Wir haben halt nur gefixt, dass du, wir haben halt bitte gefixt, dass du nicht dieses Fenster hin und her swappen machen kannst. Achso, dass du nicht durch das Fenster hin und her, wie haben sie das gefixt, dauert länger? Irgendwann wieder dauert es länger. Die haben wir auf jeden Fall ein bisschen balanciert, dass der Killer halt nicht allzu dings, allzu unterliegen ist. Ich glaube, du kriegst so ein bisschen Fatigue, wenn du durch das Fenster mehrmals gehst, dass du langsamer wirst. Ah, wirst du mal langsam, okay. Du wirst erschöpft da quasi. Ja. Okay, bin ich ja gespannt, ob es immer noch funktioniert. Aber ich glaube, die Taktik brauche ich gar nicht anwenden. Hm, ich kann mir eher sagen, wenn wir unseren Opa, wie ich den anfassen soll, ohne das gleich alles anbrechen. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, es geht los. Oh, das ist Perkard-Girl. Widerliches Schlachthaus. Oh, das klingt schon, ne? Oh, lecker. Jetzt wird es ein Schwein. Das klingt schon Deutsch. Oh, jetzt geht es los. Oh, der Ghost. Oh, er spielt den Geist. Er spielt den Geist. Okay. Meipf hat sich aber noch nichts verändert. Was hat sich nicht verändert? Am FOV. Was ist das? Äh, das ist hier, Dings. Field of View, ja. Dass du links und rechts halt mal sehen kannst, wenn es ein Sichtrad ist. Okay, wenn ich jetzt noch so eine scheiß Lampe finden würde. Ist eigentlich doof, den Killer hier im Teamspeak mitzuhaben, oder? Oh, ohne Witz, wenn ich mal den Generator finden würde. Ich denke mal, wir einigen uns auf Nicht-Campen. Nicht-Campen am Haken? Ja. Wäre auf jeden Fall, ja. Oh, leu. Schau ab, Leute. Er ist hier. Lauf. Okay. Och, er ist hinter mir. Das ist voll spannend, ne? Ja, ey, der geht wirklich super langsam durch das Fenster durch, ey. Oh, ist immer gleich knapp, ey. Oh, leu. Ja, wohl, Glocken. Keiner mitgekriegt. Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn. Ne, Quatsch, was ist noch Spaß? Hört man den Herzschlag eigentlich, wenn du näher kommst, wenn du auch Geist bist? Ja, aber wenn du dich im Umhang anhaben, wesentlich später. Na, okay. So, nur. Geht weg. Oh, Gott. Und, wann läuft's bei euch so? Ich bin gerade nicht sehr gut. No. Was hält man auf Freezy? Lass dich doch nicht verprügeln. Der hat mich ausgetrickt, der Sack. Komm schon. Oh, scheiße. Habt ihr mal so eine Lampe angemacht, oder was? Jetzt so langsam? Oh, ist auch schon. Ja, ich bin auch dabei. Ja, ich bin auch dabei. Einer ist ja schon fertig. Jetzt weiter. Wiggle, wiggle, wiggle. Fuck, 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 fuck. Er hat mich gefunden. Du bist jetzt raus. Muss nicht. Ah. So, dann. Oh, ah. Aufgehangen. Ja, das wäre einer aus. Oh, du. Wie tämt mich denn? Ich höre dich. Wie hörst du mich denn? Ja, du bist verletzt. Du heulst drum. Ach so. Ich steppe ihn aus dem Jenseits. Ich hab das Spiel nur zweimal gespielt. Und das war ja Randy im Stream. Wieso? Was macht ihr? Ich hab dir angeleuchtet. Hab ich ihn perkt. Oh, fuck. Nein. Nein. Lass mich hören. Warum lasst ihr euch schulden, ihr Idioten? Was ist das für ein Quatsch, was ihr da macht? Oh, Füsi ist tot. Füsi ist tot. Komm, wicke, wicke, wicke. Mach wicke, 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 Junge. Opa, zeig, was in dir steckt. Leon, wie sieht's aus bei dir? Ähm, ich... Alles gut. Okay. Chuck, komm mit. Oh, Hitcher, du Hammel. Wo ist denn hier meine Heilung? Und zum dritten Mal. Oh, du Witze, du Hammel. Los, mach die Dinger frei. Ich mach Wiggle, Wiggle. So, einen wollen wir noch. Okay, das bin ich. Okay. Ist noch einer. Ein Generator noch, Leute. Ja, ja. So, ich hände das Lappe aus. Dann höchst du dich dann gleich wieder, würde ich behaupten. Ach der Mund. Mach den letzten Dinger fertig, Leute. Und mach die Tür auf. Leute, ich hab ein Problem. Ja, nicht nur du. Loh, ich renne in seine Arme. Wie behindert bin ich denn eigentlich? Ey, das ist da echt zum... Stark behindert. Komm schon, Baby. Oh, fuck. Und zum fünften Mal. Leute, ich lenk ihn so krass ab. Jetzt macht das Ding fertig und rettet mich und dann raus hier. Du, wenn ich dich jetzt aufhänge, bist du tot. Dann tust du doch nicht. Och. Nein, tust du nicht. Heil mich mal hier. Ja, Moment. Wenn du das Tor auf hast. Wenn du mich leben lässt, gebe ich dir ein Nacktbild von Tinos Mama. Oh, lol. Oh, lol. Weißt du, wie viel es da gibt? Scheiße. Ja, das war's. Fuck. Hat er die Schwiezi? Er hat mich, ja. Haut ab, Leute. Fuck. Ja, wie sollen wir ab... Lol. Der Ausgang ist schon ein. Ein Tor ist auf. Wo? 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 Ja, wo? Das kann man natürlich schlecht beschreiben. Also... Das kann nicht sein. Ganz anders als, wo Fliese gestorben ist. Mal so zu sagen. Oh, hi. Lol. Lass ihn da bauen, Leute. Warte, lass ihn kommen. Komm. Hier im Ahnhaus. Oh. Oh, er kommt. Er kommt. Wo ist er? Er kommt. Er kommt. Wo ist der Klatzer? Der Klatzen, Let's Player. Hallo. Ich bin mal mutig. Du musst mich alles voll bluten. Oh, mir ist so schwummerig. Los, heim ich mal noch. Ja, zusammen. Ja, er kommt. Wir müssen nach oben. Sehr gut. Hey, wir haben es geschafft. Das war cool. Beinor Triumph. Aber das war cool. Also auch gewonnen. Wer hat auch gewonnen? Ach, du hast auch gewonnen, stimmt. Ja, ich habe mindestens einen Kill, da habe ich auch gewonnen. Ja, aber für sie ist es halt auch super leicht, ne? Ja, ja. Aber für sie war gut, dass du dich für uns geopfert hast. Obwohl wir haben ihn zweimal haben wollen oder dreimal so eine Rote geholt. Einen? Du hast ihn nur verlassen, oder? Nimm nicht eine. Komm, geh in die Lobby. Da durftet ihr auch mitkommen, glaube ich. Aber jetzt kriegen wir halt keine. Jetzt können wir leider nicht leveln, ne? Nö. Nö. Oh, schade, 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 schade. Na gut, meine lieben Freunde. Danke fürs Zuschauen. Das war es jetzt mal gewesen. Eine lustige Runde. Dead by Daylight. Mit dem sechsten Let's Player als Monster oder als Killer. Schaut auf jeden Fall bei Randy vorbei. Ne? Die Sicht des Killers. Und auch bei den anderen. Alles unter Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.